Ich hab schon Biss hier. Ich hab schon Biss. Hab ich jetzt schon Biss? Nee, du bist am Wackeln. Du bist am Wackeln, sagt er. Gyni, es kommt Bewegung ins Wasser hier. Auf jeden Fall, die haben schon Hallo gesagt. Die springen hier, links von dir auch. Da vorne. Hier ist alles voll mit Fisch. Das darfst du gar nicht zeigen und nachher fangen wir ja nichts. Junge. Kannst du dir das vorstellen? Bei dir kann ich mir das vorstellen. Was denn? Das hast du jetzt nicht gesagt.